Und dann Stoppelkamp, Stoppelkamp flankt, Stoppelkamp flankt zum Siegtor. Das Ding segelt hinten rein, Moritz Stoppelkamp, sein erstes Tor seit August, sein erstes Tor seit über zwei Monaten und jetzt so ein Traumding. Vielleicht braucht es dann auch das Spielglück, dass dann so ein Tor erzwingt. Es war ein Traumtor und es war das Siegtor.